Einen feuchtfröhlichen guten Tag wünscht euch der Willibert von Weinkorf-Vikings. Dabei sind auch der Necro und der... Domme. Ja moin moin. Kurz und knapp, tut mir leid für den kleinen Ausrutscher, letzte Folge, aber irgendwie... Welcher Ausrutscher? Dein Ausraster. Dein Ausraster? Meiner! Bin ich ausgegeben? Nee, der von Döme. Das bin ich. Ich bin ihr Friendly. Hallo, hallo. Okay, wir wollen ja keine Zeit verlieren, denn Willi hat ja hier große Töne gespuckt. Wir werden diesen geilen... ...diesen geilen, das geile Monsterchen eliminieren. Ja, hau ich mal. Ich hoffe ihr seid gut genug. Ich bin gut genug, ich bin gut equipped. Ah. Wo steckt denn der mich jetzt hier hin? Ich hoffe auch so gut. Boah. Guck mal den kleinen an, der dreckt mich ja weg. Ja, dann ähm... Biegen. Ja warte, ich reparier meine Rüstung. Biegen. Ich hab jetzt zwar noch ne schöne Schallplatte, ne? Hier, kennt ihr jeder? Ich hab bloß mit nem Amt drauf, ne? Dürfen wir leider nicht spielen. Dürfen wir echt nie abspielen, ich würd's zu gern machen. Oh, episch, wie wir den ganzen Amt gehört haben. Oh ja, das war awesome. Okay, Willi, wo bist du? Willi, wo bist du? Ich bin schon unterwegs. Ah, ja, nehmt noch Eisenblöcke bitte mit. Ach, Eisenblöcke. Kann ich auch bestellen. Kann ich auch bestellen. Ne, äh, doch. Müsst ihr mitnehmen. Wier Stück? Ne, neun. Okay, ich hab vier, dann brauchen wir noch fünf. Ähm... Wir haben 512. Eisenblöcke. Ja. Ach, ja. Wir lassen gerade, Iron ist jetzt komplett leer. Nee, äh. Iron. Und außerdem kann man die wieder zurückverwenden, also es ist nicht so spannend. Ja, ja. Okay, wir sind hier oben, wo bist du? Ich bin, äh, auch hier oben. Ja, wir müssen aber, wir dürfen nicht da sein, wir müssen woanders sein. Und wir wurden? Also wir dürfen da sein, aber da ist kein Platz. Äh, ja, irgendwo. Ist egal. Irgendwo am besten noch von gradem Fläche, wenn ich das aufbauen kann. Hier sieht doch ganz gut aus, wenn ich. Ja, dann hauen wir rein. Da kann ich derweil immer schnell nach dem Kläden Döme gucken. Nein, 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 nein. Hier irgendwo wo sein? Was denn? Alles gut. Also... Geh mal bitte die Eisenblöcke. Wir müssen mal in diesem Winter. Äh, hat irgendjemand noch Zöllwäldes Ding da? Ja, ich hab hier noch. Gut, weil... Alles in der Küste drinnen. Alle Schiebenschicht käme. Wo hab ich das jetzt hingebaut? Hab ich das schon hingebaut? Ja, wie? Hier sind noch ein paar Iron-Blöcke, ne? Weiß ja nicht viele, du noch rösst, mein Freund. Ja, all die Blöcke. Ich hab schon. Ich hab schon genug. Okay, schmeiß ich die immer wieder zurück. Also wenn ihr da draußen irgendwo so einen kleinen Döme sitzt, der hier rumlatscht, dann sagt mir mal irgendwie Bescheid. Ja, wir haben nämlich den kleinen Döme verloren. Ja, das macht mich bissl körig gerade. Oh nein, alleine in der Welt. Wie soll er davor zurechtfinden? Oh. 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 It's a magic. Oh, ich brauch jetzt mal andere Blöcke anstatt Eisenblöcke, irgendwas. Erd oder so. Erd oder so. Hier, ich geb dir... Also was denn, das tut du denn für die Versammlung? Ja, bitteschön. Danke. Oh, oh. Wir müssen nämlich das Ritual jetzt aufbauen. Ja, ja. Wir schauen dir einfach nur zu. Weil wir wollen ja ein bisschen metteln. Was kriegen wir denn durch diesen Endgegner, wenn wir den killen? Nix für euch eigentlich. Aber für mich halt für meine... Boah. Aber nachher wird sich das auch lohnen für euch, denn dann werdet ihr eine Terra-Stil-Rüstung haben und die ist... die ist schon in Ordnung. Super strange. Ne, ich muss sagen, ich finde den Klin echt nicht mehr. Ja. Die Dome weg. Ja, bau wir den neuen. Leg irgendwie ein neues Ei. Ja. Alter, man kann doch nicht einfach jemanden ersetzen, so. Na, eigentlich nehmen wir das immer. So, kommen mal bitte alle in den Radius. Wow. Ja, sind wir. Kommen mal bitte alle in den Radius. Alle in den Radius. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich machen muss. Oh Gott. Die Geierpillern sehen mal episch aus. Ich glaube, kann man einer... Man muss hier so einen Eisenblock um... Aktiviert mal mit dem Biegen. Ich weiß nicht, wie das geht. Wirst du schon? Wer ist aktiviert? Ne, man muss noch hier so einen Speed-Taste oder Swank an auswählen. Das ist ja heute ausgewählt hier. Und jetzt? Aber bloß drauf klicken. Ja, das ist immer noch nicht ausgewählt. Jetzt. Sprungkraft aktiviert, ne? Glaub ich. Okay, jetzt haben wir Speed. Ne, Speed. Speed? Warten mal. Ja, du rennst schneller. Muss ich jetzt mit dem Zollstapler drauf bringen? Warte, ich hole mal kurz einen Terras-Tier. Ich glaube, so ging das. Es blinkt blinkt hier. Ich hab was blinkt blinkt gehört. Ich hab was blinkt blinkt gehört. Ich hoffe, das geht jetzt nicht. Ja, die sind irgendwie komisch so am Blinken, so am Funkeln, die komischen Teile. Ja. Wo? Stimmt. Die leuchten. Die leuchten jetzt alle. Achso, die leuchten. Ja, egal. Ich glaube, ich brauche einen Terras-Tier. Aber die sind nicht. Ah doch, die sind voll identisch. Wo hatte ich denn Terras-Tier? Das ist für mich komplett Neuland, ne? Ja, für mich auch. Das ist für mich Neuland. Kennt ihr das berühmte Zitat? Muss da noch mehr rein, oder? Unser Angela. Ne. Ich glaube, ich muss das jetzt mit dem Terras-Tier irgendwie aktivieren. Scheiße, ich mach nicht mehr mich hier. Das stört mich schon wieder. Doch, lo, 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 lo! Kommt rein! Nein, ihr seid nicht drin, oder? Doch. Alter. Seid ihr in der Range? Doch, Closer ist drinne. Den jetzt erledigen? Auf die Mucke. Ja, geil, oder? Ich kann nicht fliegen. Ne, ich hab zum Beispiel... Nein! Alter, der ist übelstark. Wo? Ich kann nicht fliegen. Ich kann nicht fliegen. Da ist der Schwarz. Das ist das fucking Problem. Ich kann nicht fliegen. Alter! Hilfe! Nimm mal ein Jetpack. Du passt ein bisschen stärker als ich. Hilfe! Alter, ich geh drauf! 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 Null! Ich steh irgendwo in der Luft! Ich wusste nicht, dass der... Ich komm nicht da runter! Ich dachte, ne... Also ich wusste, dass der stark ist, aber so... Wow, 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 wow! Oh! Mit so stark hab ich jetzt nicht gerechnet! Wo ist der denn? Alter, fuck! Der teleportiert sich immer hinterher! Vor allem, was für ne geile Mucke! Ich hör die Musik leider nicht! Ach, schade! Alter, das ist ultra, ey! Ich hab das jetzt bloß von oben angeguckt! Alter, was für ein geiles Feeling! Nein, das Problem ist, äh... Ich bin rausge... Ich bin dann, glaub ich, raus... Ja, du bist... Du bist zu weit hoch! Okay, let's go! Nochmal! Aber fliegen kannst du! Ich bin auch geflogen! Auch wenn du da rangezogen wirst! Ne, du kannst nicht fliegen, glaub ich! Das wird deaktiviert! Okay! Nur mit dem Jetpack! Okay! Deswegen... Aber scheiße! Ich brauch dafür ein Terrasdeal und das hab ich nicht! Um das jetzt nochmal zu aktivieren! Wie macht man denn? Ah, nein... Kriegt man denn? Ja, dann wird das nix mehr, Jungs! Okay, ich will doch mal... Wie kriegt man denn? Ja, ich kann dir jetzt nicht so einfach erklären! Dafür brauch ich sehr viel Mana! War das ein letztes Fail, oder...? Das war jetzt ein letztes Fail! Weil ich hab gar nichts mitge... Ich hab gar nicht mitgekriegt und... Scheiße! Wie können wir das jetzt... Du brauchst echt noch hier... Schweben hier die ganze Zeit mit einem komischen Fichter hier noch rum! Scheiße! Gib mal bitte mal... Wir hätten den spawnen müssen in so einen Extra-Raum, ne? Gib mir mal bitte hier so einen Dings! Dein Jetpack wieder? Ja! Wieso in den Extra-Raum? Nein! Der kommt da nicht raus! Das... Wir sind auch nicht... Wir konnten auch nicht raus! Und deswegen konnte... Doch! Ich hab doch auch nicht rausgekommen! Nein, das ist, weil ich gestorben bin! Nee! Da, der liegt da! Hinter dem Wasser! Doch, doch! Man kommt ja nicht raus! Glaub mir, Jungs! Da bin ich rausgekommen! Ja, vielleicht hat sich das auch deswegen aufgelöst oder so! Vielleicht, vielleicht! Ich glaube ich jetzt einfach mal! Ja, ich... Nein! Nein! Ja, das... Wird nichts mehr, Jungs! Was brauchen wir für einen Terra? Wie kriegen wir ganz schnell diesen Terra-Dings da? Wo brauchst du Erfahrungspunkte? Also, ich brauche Mana! Das Mana... 45 Level... Äh, 45 Level hab ich! Wie Opfer ich jetzt komplett? Nein, nein, nein! Stopp, stopp, stopp! Mach's langsam! Mach's langsam! Ich muss erstmal alles einstellen! Ja, dann stellen! Komm! Let's go! Das wird jetzt hart, das so schnell hinzubekommen! Komm, oder? Also, wir versuchen's! Wir versuchen's! Äh, andere Frage! Wo ist mein Zauberstab? Hast du mein Zauberstab? Hat einer mein Zauberstab? Hm, negativ! Äh, andere Frage? Was denn eigentlich mit dem Container von Erfahrung dorthin? Der ist fast leer! Nein, ich hab da auch noch mal! Ich glaub... 30 Level hab ich da reingemacht! Scheiße, ich hab mein Zauber... Ah, ne, da ist mein Zauberstab! Okay, dann stell ich jetzt mal alles ein... Also immer so Stück für Stück, ne? Also immer so Stück für Stück, ne? So, eins... Zwei... Wie? Hier sind 3000... Hier sind 3000 immer drinnen... 3700... Darf ich jetzt da stehen, Willi? Ja, aber du musst immer gucken... Na, obwohl eigentlich... Am besten gehst du so nach ner Zeit, wenn du... Am Anfang so 5, 6 Level verloren hast, kurz weg, dann... Okay... Lädt das alles noch mal und dann kannst du noch mal hingehen. So, wir brauchen jetzt unbedingt... Wir müssen jetzt hier... Bäume sporn lassen, mega. Scheiße! Bäume müssen ja genug haben, ne? Alter war der stark! Alter war der stark! Also, das hätte ich nicht gedacht. Also, dass das schon ziemlich stark ist. Na, ich glaub, das ist irgendwie... Ja, da ist Buggy. Nimm mal den da hin. Wenn ich komm mal schon runter, dann ein bisschen Bonesi... Bonesi... Ja, ich hab hier... Ich kann mir auch... Ich kann mir auch einfach hier bestellen, ne? Ich kann mir auch einfach hier bestellen, Jung. Böne Äpfel? Ja, stimmt, ja. Das war die Idee mit goldenen Äpfeln. Ey, wie musst du uns jetzt richtig hier kippen, Jungs? Ja, ich bin auch gut equipt. Ich konnte nur nicht schlagen, weil ich nicht fliegen konnte. Wie viele... Wie viele goldene Äpfel sollen machen? Einfach mal ein paar. Dann müsst ihr euch Dings machen, ne? Jetpacks am besten. Weil mit den Flügeln, hast du ja gesehen, kann man nicht mehr fliegen. Oder wir machen einfach das Loch dazu. Dann haben wir ja das Problem nicht, dass wir in das Loch gezogen werden. Ja, aber du musst ihn ja auch trotzdem hinterher wetzen. Ja, man kann's mal probieren. Der bleibt nur da drin. In diesen Radius, den du da reingebaut hast. Ja, genau. Ja, dann werd ich jetzt eben die Löcher ein bisschen zu machen. Also hier vorne die Löcher zu machen. Hast du noch Experience? Ja, ich hab noch 37. Okay. Ja, musste ich gleich nochmal dran stellen. Alter, wir brauchen so viel. Wir haben grad mal ungefähr... Ja, ich sag's lieber nicht. Die Hälfte? Ein Viertel? Ein Achtel? Ein Zwölftel? Die Hälfte, da würde ich mich freuen. Haha. Aber warum so wenig? Weil das so lange dauert, um so ein Scheiß-Terrass hierher zu machen. Und wenn nur zwei von diesen Blumen-Bankraft... Ach ne, die brauchen zu lange, ne? Ja, ich hab drei Goldnäpfe für jeden gemacht. Ja, ich brauch das Loch hier eben zu. Ich hab ja OP. Der war ja doch ein bisschen tricky, ne? Ja, macht aber fun. Das ist ja das Schöner. Mich hat er eh schnell down gehabt. Hätte ich fliegen können, weil ich mache ja 25 pro Tick. Also 25 Damage. Äh, hier, ich hab was für euch. Buch? Das war's falsch. So, ich guck mal, ob ich vielleicht noch einfach ne Pflanz herstellen kann. Ja. Die noch bisschen besser mal produziert. Dortmund, wo bist du? Ich mach gerade hier in das Loch zu. Damit wir hier nicht noch mal reinfliegen, aber ich hatte Vollspeed. Oh. Hi, hi. Hab ich gar nicht gelesen. Dream World, du, ich würd. Ich könnte ein Elfenmaß wieder machen. Da. Da. Danke. Äh, kannst du nicht auch einfach, äh, Kristalle machen, die Mana produzieren? Nein. Weil ich hab da irgendwas mal in Erinnerung der durchgehend Mana produziert. Da gibt es keine Kristalle. Also, nicht dass ich wüsste. Okay. Ja, ich will hier bloß nichts falsch erzählen. Das ist ein Lied. Okay. Es gibt ne Kekimurus. Eine was? Kekimurus. Ja, das ist so ein Zeit. Und du wüsst. Und du wüsst. Ja. Und du wüsst. Und du wüsst. Ähm... Des Weiteren. Ja, diese andere Pflanze zu machen wäre jetzt eigentlich nur sub... also, eigentlich nicht grad produktiv, weil dann brauche ich halt wieder Mana, um die Pflanze überhaupt herzustellen. Kopfschmerzen kriege ich, schade, schade, ich habe mir den direkt down gefickt, das ist natürlich gut, also du solltest gleich erstmal deine Musik aufmachen, ja, ja, ich habe meine Musik auch, weil, das war, ich dachte schon, wow, ich gehe jetzt wieder ein bisschen weg und guck mal eben, wie viel hat der, der hat, sagen wir noch, die Hälfte, die Hälfte, die hat ein Viertel, oh, super, so wenig, ja, ich sage ja, es braucht ewig, aber vielleicht kriegen wir es schnell hin, wie kann ich mich jetzt nützlich machen, wie bitte, wie ich mich jetzt nützlich machen kann, ich habe hier gerade rum wie Falschgeld, Ja, eigentlich kannst du, das einzige, was du machen könntest, wäre Experience sammeln, ja, boah, alter, wie schnell geht jetzt auch mein, mein Level runter, ich habe eine Idee, stimmt, ich weiß, wie ich das mache, so, fünf, vier, drei, ich komme gleich wieder, ich komme jetzt wahrscheinlich in den Löffel rein, Ja, zum Beispiel, weil Experience ist hier wirklich am einfachsten, kriegen wir am schnellsten Experience, durch diese anderen, durch diese Baumfresser, oder diese Blätterfresser, kriegen wir auch noch Experience, aber das ist weniger, Oder nein, das ist eigentlich mehr, aber die brauchen länger, das heißt, die müssen erstmal so die Bäume registrieren, und dann können die es fressen, dann müssen die komplettes Mana verarbeiten, und so weiter, deswegen ist das im Schnitt wahrscheinlich, Ok, wir haben gleich die Hälfte, wie viel bedauern wir, den ganzen, ne, ne, einen halben, einen halben Mana Pool, Ok, dann wird die Folge in der Überlänge gehen, aber das ist uns jetzt shit, egal, wir haben es euch versprochen, Warte, was ist denn hier mit der Lava passiert? Wir haben es hier dick angepriesen, Oh, Ja, ich habe da auch unsere Pumpe, Da kann ich es auch nochmal zeigen, mit Terras hier, ist auch nochmal interessant Ok, ja, ich habe jetzt kein Leben mehr Machst du das so ein bisschen mit den Bäumen, dann gehe ich nochmal gerade mit der, äh, Ja, wenn du mir sagst, was ich machen muss, einfach Mit der Can Ja, dann gibst du mir Was soll ich hier selbst geben? Achso, einfach, äh, warten, bis sie weggefressen sind, und wieder neue hinsetzen, ne? Ja, die Stämme dann abbauen, und dann, äh, neue, also du wartest, bis die Blätter abgefressen sind, und dann baust du die Stämme ab, und danach kannst du, äh, äh, Ja, ja, kriegen wir ja hin Ok Hast du ne bessere Axt, äh, ne bessere Axt, weil ich hab hier jetzt nur gerade eine Stone Axt? Ja, hol die doch und craft dir dann eine, da steht ja alles Na, wir brauchen Ach, du farms nether quartz Nennu? Ja, ich bin hier gerade am Busch So kann man natürlich Auch Level kriegen Ja, ich hab mir ja nicht mehr so viele Naja, ich frag mich, wo uns im Ganzen hin sind Die sind hier geblieben Muss ich euch ehrlich sagen Das war mein Verschulden Was? Das ist es jetzt erst? Ja So, jetzt kann ich trocken So, jetzt kann ich trocken So, jetzt kann ich trocken Setzlinge da, orf, setzlinge da, orf, setzlinge da, oder? Ja, bald können wir ja eine automatische Experience-Farm machen Alter, nein, können wir Boah, da kriegt richtig viel Experience-Farm Alter Das sind natürlich richtig geile Level 9 Wie viel Level brauche ich nun ungefähr? Äh, zu viel, um das jetzt schnell zu fahren Okay, ich bedeute, wie viel brauche ich nun ungefähr? Äh, ich schätze mal 50 Wow Aber wir haben ja noch ein bisschen durch die Holzform Das heißt 30 Für Also ich bin out of Level Und dadurch, dass ich auch noch ein paar Level mache Ja, du bist out of Level, du machst aber das mit den Bäumen Genau Warte jetzt hier, bis die wieder fressen und dann abhauen Da kriegen wir sowieso mehr, also am meisten, äh, Punkte durch Ist das egal wie viele Bäume ich spawne? Die müssen halt nur im Radius sein, ne? In nem gewissen Okay Und die dürfen nicht zwischen dem Mana-Speeder und dem, äh, zwischen dem Mana-Ding sein Mana-Becken Ne, ich hab die einfach da hingestellt, wo du die hingestellt hast Alter, bei mir kommen so komische Geräusche weg Ah, ne, das ist glaube ich Bring-Man-Musik Okay, okay, Manners, wir brauchen noch ein bisschen Noch ein bisschen, was heißt bei dir ein bisschen? Ja, das gleiche bisschen wie vor uns auch, die unsere Mana-Becken und ricks Päppisches in Luft geflogen wird Das war dann mein Verschulden Pfff Nein, wir kriegen den in Folge down Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte Also kannst du jetzt? Nein, ich mein jetzt die Hälfte von... Die Hälfte von dem, was du brauchst Die Hälfte von der Hälfte Ja, ich glaub, du brauchst nur die Hälfte, mein Freund Ja, ich brauch nur die Hälfte Ja, ich brauch nur die Hälfte Ja, dann jetzt erst ein Viertel Ich hab ein Viertel von dem Ding und ich hab die Hälfte von dem, was wir brauchen Oh man, ist Techlight da? Nein, soll ich mich mal einfach zu Techlight? Hinge fliegen und dann seine Level mal abziehen, weil der hat doch da das Automatische Wow Wenn das ein Level 15 Das ist ja ein bisschen Cheaten Ne, wenn dann doch, wenn man das alles selber bringt, das ist eben halt Ich fahrt hier wieder Den Workbench bauen, damit ich hier eine bessere Axt hinsetzen kann Level 16 Nehmen wir mal Saphir, Saphir Was? 1, 2, 3, Stiggis Ach, Freunde Ja, was denn? Das hätte ich nicht gedacht Dass er so stark ist Ja, ich dachte, wir würden uns auch verarschen, dass er wirklich so tricky ist, aber Der ist... Der ist... Der ist hart Ja, der ist schon stark, der ist kein Flachsjungen, das ist kein Flachsjungen Das ist kein Flachsjungen So, hier sind auch wieder ein paar Bäumchen Aber den Sieg Wir werden... Nein, nein Da machen wir dort eine Special Folge Ich wünsch' euch was und sag hiermit schon mal Ciao, ciao Tschüß 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 Tschüß